Tja, in der Welt der Ninjas sind die, die sich nicht an die Regeln halten, ganz üble Verräter. Aber für mich ist niemand, der einem Freund nicht helfen will, der ganz üble Verräter. Kakashi, du musst dich um Reinkümmern. Ja. Kakashi, vergiss nicht, du hast es mir versprochen. Bitte, du musst Rin unbedingt beschützen. Haltet durch, ich bin gleich da. Gerade als Kakashi und ich anfingen, uns ein wenig zu verstehen, da konnte ich Rin doch nicht sagen, dass ich sie liebe. Ich akzeptiere das nicht. Daher gucken wir. Daher gucken wir. Na, 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 na. Ja! Ja! Ja!